Willkommen! Deine Fragen werden beantwortet werden. Deine Wünsche, deine Ängste, dein Zweifel, deine Neugierde und deine Liebe, alles wird Teil deines Glaubens sein und dich erfüllen. Hier ist sie, die Realität, dein Schicksal. Du wirst dein Herz für immer an das binden, was wir dir anbieten. Es gibt kein Zurück. Hast du Angst? Dann geh, denn hier kommt die Antwort auf den Sinn deiner Existenz. Da du noch hier bist, mach dich bereit für die Wahrheit, denn hier beginnt dein Schicksal, welches mit allem endet, was existiert. Wenn du andere Menschen für deine Überzeugung töten möchtest, dann verschließe deine Augen und Ohren. Möchtest du Kindern die Genitalien verstümmeln? Möchtest du unwiederbringliche Kulturgüter der Menschheit zerstören? Oder möchtest du Andersgläubige hassen und ausgrenzen? Dann geh! Oder ändere dich und dann bleib für immer. Haben dir deine Eltern und deine Vorbilder von Dingen vorgeschwärmt, die du eh nie verstanden hast? Fandest du ihre Geschichten schon immer irgendwie erlogen und sinnfrei? Hast du heilige Schriften gelesen und dich gefragt, warum die keinen Sinn machen, und man dir vorgeworfen hat, du würdest sie einfach nicht verstehen? War für dich der Gedanke der Endzeit immer fatalistisch genug, um ihn als radikal und dumm anzusehen? Möchtest du keinen der, der beim Onanieren zusieht, sprich einem Gott und die tausenden von Vorfahren in einem Himmel, den du für unglaubwürdig hältst? Zweifelst du an der Hölle? Denn nicht mal bei dem Bohren nach Öl in Texas wurde sie gefunden. Dann atme tief durch und fühle dich frei, denn hier ist die Liebe und die Freiheit, die ohne Zwänge ist. Du bist Sternenstaub, ein Kind der Sterne. Das Universum, in dem du lebst, ist fast 14 Milliarden Jahre alt. Deine DNA, die in jeder deiner Zelle arbeitet, ist ein Code, der durch, wir nennen es Evolution, geschrieben wurde. Sie ist ein Echo der ersten Zelle, und so bist du vereint mit allem, was diesen Code in sich trägt. Alle Inhaber dieses Codes sollen deine Brüder und Schwestern sein. Sie zu lieben, sollte dir nicht schwerfallen. Und ließ sich ihr Code auch anders als deiner, so liebe sie umso mehr. Es gibt den perfekten Code nicht. Denn seit mindestens 3,5 Milliarden Jahren schreibt die Evolution an deinem Code, und die meisten deiner Brüder und Schwestern haben ihren Code im Laufe der Zeit mit ihrem Aussterben bezahlt. Die Welt, in der du lebst, kann schön sein, aber auch grausam. Finde dich damit ab und lebe, denn du bist einer der Glücklichen, die es fühlen dürfen. Du wirst dich winzig klein fühlen, wenn du an das Universum denkst, das es seit fast 14 Milliarden Jahren gibt. Aber für deine Freunde und die Menschen, die du liebst und die dich lieben, kannst du das Größte im Universum sein. Du und sie und alles, was du siehst, ist Sternenstaub. Sterne starben für dich, damit sich dein Körper und deine Welt aus ihren Elementen zusammensetzen konnte. Der Code in dir hat dir Fähigkeiten gegeben, die du nicht verschwenden solltest. Denn jeder Träger dieses Codes kann der eine sein oder das Besondere im Ganzen. Du kannst die Welt retten. Wie? Lass es dir überlasten. Mach was draus. Hast du Angst zu scheitern? Ist die Aufgabe zu groß? Das musst du nicht. Und sie ist es nicht. Du hast den Sinn des Lebens schon erfüllt, mit jedem Atemzug und jedem deiner Herzschläge, denn du existierst. Es gibt keinen Ort, an dem du deine neuen Glauben zelebrieren musst, aber Bibliotheken und Wikipedia sind für uns besondere Orte. Es liegt an dir, sie zu finden und sie zu nutzen. Deine Propheten könnten Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Lawrence M. Krauss oder vielleicht Einstein sein. Deine heilige Schrift von Campbell and Reistine und Biologie heißen. Das ist uns egal. Hauptsache, es befriedigt deine Neugierde und bietet dir und deinem Verstand eine Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Deinen Code, das Universum und den Tod der Sterne kannst du nicht leugnen. Solltest du es doch tun und Beweise dafür finden, die jeder nachvollziehen kann, dann sollst du Gehör finden. Niemand unserer Überzeugung würde dich dafür strafen. Möchtest du Naturgesetze akzeptieren und über sie sprechen, dann sollst auch du Gehör finden. Willst du uns von etwas überzeugen, das ohne Beweise auskommt, so werden wir dir ohne Beweise widersprechen dürfen. Wenn das Vorgetragene dein Herz erwärmt hat, dann teile diese Liebe mit der Welt und sei ein Homo sapiens, ein Träger der DNA und Sternenstaub. Du bist ein Teil des Universums und ein Teil des Universums wirst du sein. Und wenn das Universum sein Ende findet, wirst du ein Teil davon sein. Versprochen. 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 Versprochen.